Spoken Medicine mit Kaya-Andrea Hallo und herzlich willkommen zu Spoken Medicine. Mein Name ist Kaya-Andrea, ich bin dein Podcast-Host in diesem Fall und ansonsten die Gründerin von Lineage Liberation. Und arbeite als Generationenbefreierin. Und in dieser Episode von Spoken Medicine möchte ich dir eine ganz besondere Geschichte erzählen, die mich auch selber sehr berührt hat und zu etwas ganz Fantastischem geführt hat. Denn diese Geschichte hat mir wieder gezeigt, wie Sisterhood Welten bewegen kann, wie, wenn wir uns trauen, unser Ding zu machen, daraus ganz wunderbare Dinge entstehen können. Und ja, es ist einfach eine Geschichte davon, zu sehen, wie eine Frau ihren Weg geht und damit etwas Fantastisches in die Welt bringt. Und diese Geschichte ist nicht meine Geschichte, sondern es ist die Geschichte von Marina und es ist die Geschichte von einem Buch, welches ich hier gerade nochmal, genau hier, wenn du den Podcast siehst, kannst du es hier sehen. Dieses Buch ist es. Ich habe es noch nicht live in den Händen, weil es am 28.06.2023 erscheinen wird. Ich habe nur das Bild von dem Buch. Und das Buch heißt Sila Rodo. Und wenn du den Podcast siehst, dann siehst du, dass dort unten mein Name steht. Und nein, ich habe kein neues Buch geschrieben, sondern das ist die tschechische Übersetzung von Du bist die Antwort. Und hinter diesem Buch steckt eine ganz fantastische Geschichte. Und ich möchte diese Podcast-Folge wirklich nutzen, um das zu ehren, was dort passiert ist und vielleicht dich auch zu inspirieren, dass wir uns manchmal einfach nur trauen dürfen, unserem Gefühl vertrauen dürfen und vor allem unserer Intuition vertrauen dürfen und sich die Dinge dann eben schon finden werden. Ja. Und zwar war es so, dass Du bist die Antwort. Mein Buch war das erste Buch, vor dem ich geschrieben habe und welches 2021 veröffentlicht wurde. Und im April 2022 habe ich eine E-Mail bekommen von Marina. Und Marina hat mich gebeten, ob ich ihr helfen könnte mit den Namen, die in einem bestimmten Kapitel vorkommen. Da geht es um die Namen von Nathan Blindman und Unchi Rita, die beide von den Ogla-Gla-Tribe abstammen in South Dakota. Und dort gab es einige Wortschwierigkeiten, denn Marina hatte sich in den Kopf gesetzt, dass sie keine Lust mehr hat auf technische Übersetzungen. Marina ist eine Übersetzerin aus Pilsen, Prost, und macht hauptsächlich technische Übersetzungen. Und technische Übersetzungen sind etwas, was ihr grundsätzlich super kann und was sie auch gerne macht. Und gleichzeitig hat sie gesagt, es ist Zeit für was Neues. Ich möchte mir mein eigenes Projekt schaffen. Und dann hat sie das Buch Du bist die Antwort gelesen und war sofort gefesselt von dem Buch und fand es ganz großartig, was mich natürlich auch sehr berührt hat. Und hat dann gesagt, das Buch, das muss auch auf Tschechisch raus, das brauchen die Frauen genauso dort, wie sie es im deutschsprachigen Raum brauchen. Und es ist wichtig, dass es übersetzt wird. Und ich wollte sowieso mal was anderes machen. Ich mache das einfach. Und als Marina mir dann also schrieb, im April 2022, da fragte sie halt nach den Übersetzungen, also nach den Namen und wie die geschrieben werden, da sie anstatt sich das Buch zu kaufen aus Versehen die Hörbuchfassung gekauft hatte. Denn all das war ihre Eigeninitiative. Das finde ich immer noch so mega. Und halt da Schwierigkeiten hatte. Daraufhin habe ich ihr natürlich sofort die richtigen Übersetzungen geschickt und habe ihr natürlich auch ein Buch geschickt von Du bist die Antwort und natürlich auch nochmal eins vom Spiritual Feminist. Und war ganz berührt und begeistert davon, dass Du bist die Antwort genau das gemacht hat, was eigentlich auch im Titel ist. Und das sagte Marina auch so schön. Und der Buchtitel sagt ja, ich bin die Antwort auf all meine Fragen. Und ihre Frage war, wie kann ich was anderes machen? Und Du bist die Antwort, ist die Antwort gewesen, die sie dann sozusagen für sich selber war. Und ich finde diese Geschichte einfach wahnsinnig schön und möchte sie deswegen teilen. Was dann passiert ist, ist, dass Marina sich ja aufgemacht hat und gesagt hat, ich übersetze jetzt einfach mal ein paar Teile raus. Ich habe mir auch schon einen Verlag überlegt, an den ich das schicken kann. Ich schicke das da einfach mal hin und dann gucken wir mal, was passiert. Ich so, alles klar, wenn Du noch Hilfe brauchst, lass es mich wissen. Wenn Du Rückfragen hast, lass es mich wissen. Und so haben wir uns ein paar Monate immer wieder auch hin und her geschrieben für Verständnisfragen, für inhaltliche Fragen, für Sinnfragen, damit die Übersetzung korrekt ist. Also dieser Übersetzungsauszug, den sie da dem Verlag geschickt hat. Und dann war erst mal Stille. Und irgendwann habe ich eine E-Mail bekommen von meinem Verlag hier, vom Arcana Verlag im Random House aus Deutschland. Und die haben gesagt, da wäre ein Verlag, der das Buch gerne ins Tschechische übersetzen würde. Und sie würden die Rechte jetzt verkaufen. Das wäre jetzt nicht viel Geld. Aber ob das okay wäre und ob ich damit einverstanden wäre. Und ich habe natürlich sofort Ja gesagt, denn Fakt ist, reich werden wird man mit Übersetzung nicht. Doch was für mich das Entscheidende war, ist, dass ich Ja sagen konnte zu dem Traum und der Vision einer Frau, die inspiriert wurde durch ein Buch, was ich geschrieben habe. Und das war für mich so großartig und das hat sich so toll angefühlt. Und ich bin so dankbar, dass dieses Buch, denn ich weiß, immer wieder kriege ich ja auch Nachrichten durchaus von euch, vielleicht auch von dir schon, wo ihr mir erzählt, was das Buch gemacht hat, was es verändert hat im Zusammenhang mit euren Ahnen, wie sich die Beziehung zu euren Ahnen verändert hat, was ihr erlebt habt. Nur das ist jetzt nochmal so eine Geschichte gewesen, wo ich gedacht habe, wow, das ist nochmal so ein bisschen Next Level, dass nicht der Inhalt aus dem Buch nur, sondern das Buch selber eine Transformation in die Welt bringt, die ich wunderschön finde. Und dann sind die Rechte verkauft worden und dann hat das Ganze ein bisschen gedauert, weil Krise, andere Themen und so weiter und so fort. Und jetzt hat mir Marina am Anfang der Woche geschrieben, hat gesagt, jetzt ist es soweit, am 28.06. kommt dein Buch raus. Es wird im Tschechischen erscheinen. Und ich habe das Cover gesehen und ich habe jetzt das Datum und sie hat mir einen Link geschickt zu einer Webseite, wo man tschechische Bücher kaufen kann. Ich kenne mich damit ja nicht aus. Und ich habe nur gedacht, wow, jetzt ist es soweit. Jetzt ist da wirklich eine Geschichte von Sisterhood und Souveränität und Selbstermächtigung in die Welt gekommen. Und es berührt mich immer wieder, was möglich ist, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Denn das ist das, was hinter dieser Geschichte steht am Ende des Tages, dass für mich klar war von Anfang an, ich werde Marina mit all dem, was ich habe, unterstützen, ihren Weg zu gehen und ihr Ding zu machen. Sie mit dem, was sie getan hat, das Buch unterstützt und die Botschaft, die dahinter ist, dass dadurch, durch diesen Sisterhood, den wir entwickelt haben, wirklich relativ schnell ganz viele Frauen die Möglichkeit haben werden, das Buch auf Tschechisch zu lesen. Also all diejenigen, die kein Englisch sprechen und da aktiv in die Ahnenarbeit einzutauchen und zu wissen, dass das, was mich bewegt und was sie bewegt, eben auch ganz viele andere bewegen kann jetzt. Und wenn ich mir vorstelle, dass es nur eine Handvoll von tschechischsprachigen Frauen, weil, ne, also man weiß ja immer nicht, wo die Menschen in der Welt dann am Ende des Tages sitzen, sind, die dieses Buch lesen und anfangen, in die Ahnenarbeit zu gehen und ich mir dann überlege, wie die Rechnung hier einmal ist, ne, dass wir, wir haben zwei Eltern, vier Großeltern, dann haben wir acht Urgroßeltern, 16 Urgroßeltern, also, ne, es sind ja ganz viele Menschen, die von unserer Arbeit berührt werden und wie viele Generationen und wie viele Menschen und Ahnen das berühren kann, das berührt mich total und immer wieder. Und das ist die Geschichte von dem Buch Du bist die Antwort, welches jetzt auf tschechisch erscheint, Sila Rodo. Und ich finde das Cover so wunderschön, also wenn du den Podcast gerade hörst und dich siehst, das ist ein Baum und in der Mitte dieses Baumes, also es geht eine Treppe in den Baum hinein und in der Mitte dieses Baumes öffnet sich eine Tür, aus der es hinaus scheint. Und dieses Cover ist so wunderschön, weil es genau dafür steht, worum es geht, wenn wir unsere Wurzeln heilen, wir sind der Kern, wir sind der Stamm, dann gibt es einen gesunden Stamm und dann kann die Krone wachsen und dann können die Früchte unserer Arbeit viele erreichen, und dann können die Früchte unseres Seins die nächsten Generationen nähren. Und das ist genau das, worum es eben auch in dieser Geschichte geht, wie dieses Buch jetzt in die Welt geht und wer weiß, wer sich jetzt davon inspiriert fühlt, es noch zu übersetzen, zu merken, dass alles möglich ist und dass am Ende des Tages wirklich, wie das Buch auf Deutsch eben auch sagt, nur du bist die Antwort, die Antwort in uns liegt und vor allem die Antwort in der Verkörperung dessen liegt, was wir uns wünschen. Also diese Geschichte zeigt es einfach nochmal umso mehr zu merken, es gibt Themen und das sind eben diese Ahn-Themen, die uns abhalten können, davon bestimmte Dinge zu tun, bestimmte Dinge zu machen und zurückzuhalten. Und wenn wir die lösen, ich gehe da gar nicht so sehr darauf ein, weil Marias Geschichte ist Marias Geschichte, zu merken, es gibt einen neuen Raum, es entsteht etwas Neues, es entsteht ein neues Bedürfnis, es entsteht ein neuer Wunsch. Darum geht es ja auch in dem Buch. Also dass es nicht nur um die Ahnenarbeit geht, aber eben auch um die Heilung, die möglich ist und damit die eigene Lebensvision, die wir entstehen lassen können. Und wenn wir diese Energie und diese Kraft verkörpern, der Weisheit, der Kraft unserer Linie, wenn wir die Blockaden sozusagen und die Traumata und Stressoren lösen und transformieren, dann entsteht auf einmal dieser Raum, manchmal wirklich direkt vor unserer Nase, wenn wir zum Beispiel ein Buch lesen und den können wir betreten und das dann zu tun, darin liegt die Transformation und darin liegt die Macht und darin liegt die Veränderung. Denn den Mut und die Initiative, die Marina gezeigt hat, ich weiß nicht so spontan, ob ich den Mumm gehabt hätte. Und ich finde das ganz wunderbar und ganz großartig. Und damit geht diese Episode auch schon zu Ende. Also falls du jemanden hast, der Tschechisch spricht und dem du dieses Buch empfehlen möchtest, dann kannst du es sehr gerne tun. Ich verlinke das natürlich auch nochmal. Und ansonsten hoffe ich, dass diese Geschichte dich dazu inspiriert, dich zu trauen, deinem Impuls und deiner Intuition zu folgen und zu wissen, unsere Intuition, anders gesagt, unsere Intuition ist unser Kompass und unser Kompass leitet uns. Unser Kompass kann uns nur dann wirklich leiten, wie so ein Navigationssystem, wenn wir uns bewegen. Wenn wir stillstehen, kann uns das Navi keine Anleitung geben über den nächsten Schritt. Und dann zeigt es zwar die Richtung an, aber es zeigt nur die Richtung an. Es ist genauso wie so ein Kompass. Es zeigt nur die Richtung an. Und wenn wir diesem Impuls des Richtungsweisens folgen und dem Vertrauen, das, was wir spüren, das, was wir wahrnehmen, intuitiv, dann führt es uns an Orte, die wir uns vielleicht noch nicht mehr hätten vorstellen können. In diesem Fall hat es ein Jahr gedauert und auf einmal ist was Neues in der Welt. Dann führt es uns in Momente, die wir uns gar nicht hätten ausmalen können. Und wirklich zu merken, die Macht liegt darin, dass wir das verkörpern, was wir uns wünschen. Die Macht liegt darin, dass wir das verkörpern, weswegen wir hier sind, was uns erfüllt, was uns glücklich macht, was unserem Potenzial die Verkörperung auf dieser Erde ermöglicht, auch wenn sich das jetzt total abgefahren anhören mag. Es hilft nicht, wenn wir uns wünschen, es wäre so schön. Es hilft dann, wenn wir nach vorne gehen und den ersten Schritt tun. Und dabei müssen wir nicht schon den nächsten, übernächsten und übernächsten Schritt kennen. Im Fall dieser Geschichte, dieses Beispiels ist es so, es war klar, ich möchte was anderes. Und in dem Moment las sie das Buch und dann hat sie die Initiative ergriffen. Und daraus ist was ganz Wunderbares entstanden. Und genau darauf zu vertrauen und genau dem zu folgen. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen so eine Inspiration ist, wie diese, in Anführungsstrichen, außer der Reihe Episode dir mitgeben kann. Und ja, bin sehr neugierig zu erfahren, was du in die Welt bringst und was du verkörpern möchtest. Ich wünsche dir erstmal eine gute Zeit. Und falls du das Buch Du bist die Antwort noch nicht kennst, dann ist jetzt natürlich der perfekte Moment, es dir auch auf Deutsch zu bestellen. Ich verlinke das auch nochmal darunter. Und wie gesagt, wenn du jemanden kennst, wo du denkst, hey, das ist ein wunderbares Geschenk auf tschechisch, auf geht's, verschenke es und bring es in die Welt. Darüber freue ich mich sehr. Und worüber ich mich natürlich auch immer freue, sind die fünf Sterne bei Apple als Bewertung. Denn damit, da sind wir wieder dabei, Thema Sistort und Souveränität und miteinander Neues kreieren. Je mehr Sternchen der Podcast auf Apple erhält, desto mehr zeigt Apple diesen Podcast auch anderen Menschen. Und desto mehr Menschen können diesen Podcast finden. Und das fände ich ganz wunderbar. Und ich glaube, die anderen, die ihn dann finden, auch. Und du kannst eben Teil dessen sein, indem du deine fünf Sterne hinterlässt. Und du kannst mir natürlich auch jederzeit, darüber freue ich mich sehr, einen Kommentar hinterlassen auf dem Blog, auf Spotify, auf YouTube und auf allen anderen Plattformen, wo es diesen Podcast noch zu hören beziehungsweise zu sehen geht. Ich wünsche dir erstmal alles Liebe. Trau dich, deiner Intuition zu folgen. Trau dich, zum kühnsten Traum deiner Ahnenlinie zu werden und das zu verkörpern, was vorher noch nie jemand verkörpert hat. Und schaff dir damit ein Leben, was wirklich stimmig für dich ist. Und wie in diesem Beispiel, manchmal liegt das Gute ganz nah vor unserer Nase und manchmal ist auch die Veränderung gar nicht so groß, wie wir brauchen. Es muss nicht immer radikal und krass sein. Es kann einfach ein kleiner Switch sein und das, was uns vor die Nase gelegt wird, einfach mal zu nehmen. Das Thema Annehmen ist da auch ganz groß, kann man auch noch mal eine Podcast-Folge zu machen und zu sagen, okay, das, was ich da sehe, das nehme ich an und ich mache da was mit. Und auf einmal können sich Dinge komplett verändern. In diesem Sinne, viel Freude bei der Veränderung in Sisterhood. habilität bei der Veränderung titulation